Hallo und willkommen zur neuen Preview. Bevor wir gleich rein starten, ein paar Worte dazu, dass dieses Video hier als Werbung gekennzeichnet ist und auch alle künftigen Previews und Reviews von uns als Werbung gekennzeichnet werden dürfen. Das Ganze hat damit zu tun, dass wir eine GmbH gegründet haben, die sich jetzt um die Produktion von der Review, Preview und dem ganzen Spaß, den wir hier veranstalten, kümmert. Und die Sponsoring-Verträge, die wir mit MagicJob haben, da wo die Artikel herbekommen, wir haben die immer einfach so zugeschickt bekommen, da gibt es Sponsoring-Verträge, das heißt was Neues, wir dürfen uns den Artikel jetzt aussuchen, was ich sehr geil finde, weil wir damit auch auf Wünsche eingehen können, die aus der Community kommen. Ja, auf jeden Fall sind diese Verträge eben so, dass es dazu führt, dass wir diese Videos als Werbung kennzeichnen müssen, weil wir Affiliate-Links in der Beschreibung haben, wo wir quasi beteiligt werden, wenn ihr was über diesen Link kauft. Das kommunizieren wir auch schon sehr lange, das werden wir auch nach wie vor immer so dazu sagen, wenn ihr euch die Links in der Beschreibung schnappt, das wird für euch nicht teurer, aber wir haben was davon und können hier weiterhin Previews, Reviews und andere coole Sachen veranstalten. Und genau, deswegen ist allerdings jetzt das Ganze hier leider als Werbung zu kennzeichnen. Wenn es dazu Fragen gibt, könnt ihr das gerne einfach in die Kommentare packen, dann machen wir auch gerne mal ein extra Video zu oder reden in der Mitte von der Review drüber. Oder wenn euch der ganze Behörden-Spaß, den wir da am Start haben, uns dann interessiert, könnt ihr auch bei mir auf Instagram vorbeischauen, da haue ich mal wieder Einblicke raus. Aber gut, ich würde sagen, back to Magic und starten wir rein in die heutige Preview. Hallo, hallo, wir machen heute mal ein kleines Experiment und zwar habe ich die Infinity Watch heute mir das Tutorial angeschaut, weil heute war Magic Day, wo ich die mir die ganzen Review-Artikel anschaue und ich kenne das Tutorial, aber ich kenne den Trailer nicht. Das heißt, wir schauen uns jetzt gemeinsam den Trailer an und ich kann auch somit schon ein bisschen mehr zum Produkt sagen, weil ich schon weiß, wie es funktioniert und alles. Und ihr schreibt mir bitte unbedingt mal in die Kommentare, ob ihr das cool findet, wenn ich schon weiß, um was es sich hier handelt, weil ich es noch ein bisschen mehr sagen kann. Oder ob ihr sagt, nee, da geht der ganze Überraschungseffekt verloren, wobei der Trailer ja immer noch überraschend ist. Ja, schreibt es mal in die Kommentare und wir starten auch direkt rein. Let's go! Oh, sieht nach einem epic Trailer aus. Ah, völlig geil. We never stop exploring. A masterpiece inspired by timeless beauty. This is the time to evolve. What could you do, if you had the ability to control? Welcome to Infinity 3.0. Da haben sie ja richtig auf die Kacke gehauen mit dem Trailer, oder? Alter! With the release of Infinity Watch 3, Bluther Magic provides you with a classically styled, fully functioning watch. Das ist so wichtig! Es sind ja schon einige Zauberuhrer auf den Markt gekommen, ne? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Thema. Auch da, nächster Kommentar an der Stelle, schreibt mal rein, was eure Lieblingsuhr ist. Die Turner Watch war ja zeitweise sehr, sehr gehypt und dann gibt's ja Rauchhunden, hatten wir letztens auch in der Review, ne? Und ja, auf jeden Fall finde ich es so wichtig, dass eine Uhr funktioniert. Das ist so entscheidend, weil es gab diverse Uhren, die haben einfach nicht funktioniert, die haben die Zeit nicht angezeigt. Und ich finde das auffällig. Also, es gibt aber auch Leute, die das nicht gestört, aber ich finde das nicht... Und deswegen ist hier der Fall, und zumal Props. ...has been carefully designed to look and work, exactly like regular watches, also with brand new mechanism and design. Das ist halt echt gut, ne? Man kann die also ganz normal einstellen und du wirst nicht merken, dass das eine spezielle Uhr ist, ähm, wenn du die Fernbedienung nicht hast. We are thrilled by this innovation, which takes the authenticity and subtlety of your performance to the next level, owing to our advanced motion-tensor technology. You can now easily turn on the watch by simply... Wieso ein Apple-Produkt promoted, ey? This revolutionary change saves you the hassle of opening and exposing the back of the watch. Charging the watch is no longer an issue, thanks to Bluther Magic's cutting-edge low-power technology. The easily replaceable button battery has an amazing standby time of 4 years and an operation time of 220 hours. Das ist auch geil, also ich habe hier die Version mit dem Keypad, aber diese Stift-Variante, die finde ich auch schon super smooth, alter. What's more, to maximize the reliability of the performance, we also push the limit with our signal strength, with a sensor capable of stretching up to 20 meters away. Along with all your physical props, you will also receive detailed instructions, outlining five different routines, some of which do not even require... Das sind echt coole Routinen dabei, muss man wirklich sagen. The remote control. Infinity 3.0 is the epitome of substance meets style. Everything you could ever hope to get in a magic watch. Now comes in more styles than ever. Four wrist watches and two pocket watches. Die Taschenuhren sind natürlich auch, vom Style her passt jetzt nicht zu mir, aber ich finde Taschenuhren haben schon so einen coolen Classic-Style ein. Time waits for no one. Control it now. Worldwide und natürlich auch bei Magic Shop erhältlich. Link packen wir euch wie immer hier in die Beschreibung. Und ja, auf jeden Fall ein spannendes Ding. Ich freue mich drauf, mit Joe in der Review wird es auf jeden Fall eine Review zu geben. Noch drüber zu diskutieren, da könnt ihr hier auch mal ein bisschen in die Kommentare schreiben, ne? Welche Fragen euch so interessieren, wo wir vielleicht in der Review ein bisschen drauf eingehen sollen. Und ja, wie gesagt, gerne nochmal ein Feedback zu dieser Form von Reaction, wo ich das Produkt schon kenne, aber den Trailer noch nicht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Review oder Preview. Und in diesem Sinne, bleibt magisch! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Musik.